What? No way, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Lukas, das ist übermotiviert, mein Lieber. So, Lukas K., sie haben sich auch schon gepaart. Okay, Lukas K. mit Weiß gegen Cusco. So, erstmal bitte den Kanal wecken hier, schön. Ja, also die Partie gerade, da haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt, letztendlich. Wir hätten natürlich auch gewinnen können dann, aber wir hätten mehr Glück als Pech. Das Remi geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. So, hier Partie noch, es steht 5 zu 3. Ist noch alles drin, das holen wir auf. Und Cusco macht jetzt den Anfang. Prediction startet jetzt erst. Mods, die sind immer ein bisschen spät dran. Lukas K. gegen Cusco. Das ist, ähm, was ist das? Ach, der hat ein bisschen Punkte zugelegt, der Cusco. Eigentlich ist das unter 1600. Okay. Mal gucken, wie gut der das kennt. H5 ist schon ungenau. Man spielt H6, nicht H5. Weißbierkloster. Danke für den Prime. Warum H6? Ganz einfach, weil jetzt kommt Springer E5 schon und man verliert schon einen Bauern. Ah, Springer E5 ist bereits unangenehm. Läufer D3 nutzt es nicht so gut aus. Das ist ein Fehler. Tauschen. Ja, das geht jetzt. Jetzt G6, Läufer G7, dann geht das Ganze sogar. Ja, dann hält man es aus, obwohl auch das Feld G5 geschwächt ist. Du bist schuld. Schau den Stream und der hängt hinterher. Hast ja recht, Jogi. Ja, der hängt ein bisschen, weil der Upload ist leider nicht so schnell heute. Der schwankt auch sehr stark zwischen 1,5 bis 4 Mbit. 1,6 oder so. 1,5 ist zu wenig. Ja, G6 ist nicht gut, weil der Bauer H5 ist schutzbedürftig. Deswegen besser G6, Läufer G7. Ja, Läufer G5 lang auch hart. Das sieht erstmal ganz vernünftig aus. So gerade jetzt sagt, der Zeitdruck hat mich total fertig gemacht. Ja, am besten wäre es dazu gar nicht erst gekommen. Aber gut, klar. Natürlich im Nachhinein gleich gesagt. Ja, auf jeden Fall unsere spannendste Partie heute mit einigen Ups und Downs. Das ist eine richtige Achterbahnfahrt. Sebi sagt, was ist der Wetteinsatz? Für jede verlorene Partie geben wir 10 Euro. Für jede Remi-Partie 5 Euro. Das ist heute der Wetteinsatz. Also insgesamt spenden wir 120 Euro zusammen. Genau. Und wir sammeln heute für die Opfer der Flutkatastrophe. Wir haben schon fast 300.000. Der Spendenling wird immer wieder eingeblendet. Nun bestimmt locker 100 Leute schon, die heute gespendet haben. Ja, wow. Unglaublich. Langochade sieht vernünftig aus. Ja, Schwarz hat ein bisschen Probleme mit seinem König jetzt. Weil Kurzhochieren verbietet sich wegen Läufer schlägt auf 6. Und sowieso mit dem Bauern auf H5 möchte man nicht so gerne Kurzhochieren. Wahrscheinlich Dame zu 7 und Langochade sollte er anstreben, wenn er es schafft, schnell genug jetzt hier wegzukommen aus der Mitte. Ja, vielleicht Turm in der Mitte mit Turm HI1. Gibt es auch manchmal solche Damage-Springe. F5 ist ein typisches Motiv hier. Aber ich glaube, Schwarz kann das umsetzen. Dame zu 7 oder Dame A5. Dame A5 gewinnt auch noch ein Tempo. Und dann Langochade sollte eigentlich in Ordnung sein für Schwarz. Ja, nee, nicht direkt Ben. Die Nachricht löschen ist gut, aber nicht direkt Ben. Eine Chance kann man ihm geben. Außer er hat vorher noch mehr Blödsinn geschrien. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wohin mit dem König, Schwarz? Wohin mit dem König? Man könnte jetzt auch einfach alles abtauschen. Springe steht E5 und Dame steht D3. Sieht auch recht solide aus. Ja. War die langweilige Alternative. Aber gut. Dame zu 7. Ja, E4. E4. Ja, E4 sieht sehr gut aus für Weiß. Nochmal stützen, meinst du? Ja, auch. Ach so, und Schwarz kann nicht hoch. Was macht Schwarz? Springe steht auf 7. Ja, wer kann auch nicht hören, was da geht. Das ist strange. Das ist ein Zug, der... Einfach auf E5 nehmen. Ja, da kann man zwar mal nehmen. Das heißt einfach, aber ich habe keine Wahl. Nimm den weg auf E5. Ja, sollte funktionieren. Das waren wir neben auf E5. Traffi Law sagt, einfach geil, wie diese Community ohne zu zögern gerne für solche Anlässe spenden. Ja, ich finde das auch echt mega. Mega nice hier. Schwarz zögert, aber es gibt keine Alternative, weil ich sonst einfach nur total schlecht stehe. Klar, wird genommen, dann kommt Turm E1, dann geht die Dame nach B5 oder sowas und dann kann ich aber hochieren. Ich habe ja keine Alternative. Die Alternative sind halt noch schlechter. Ja, so die letzten drei Spender waren Leon mit 11,14 Euro, Mark Oliver mit 10 Euro und Martin mit 10 Euro. Sehr nice. Ja, er schlägt auf E5, hat sich das überlegt. Gut, ich weiß nicht, worüber man weiß, jetzt nachdenkt. Okay, er schlägt wieder. Los, ja. Ja, jetzt nimm das Ding weg und dann Dame weg, halt, ne? Fertig. Dame weg? Du meinst, Dame wegziehen? Dame E5, Turm E1 und dann Dame wegziehen? Dame wegziehen. Dame wegziehen. Achso, achso, ja, ja. Dame wegziehen. Ja. Ja, Turm HE1, das war der Plan von, ich weiß nicht, ob das sein Plan war, aber ist logisch. Aber jetzt die Dame nach H5 und dann fragt man den Weißen so, ja, was ist deine Idee so? Ja, zumindest die lange Hohade verhindert, aber ich glaube nicht, dass es den Bauern wert war. Ne, Dame A5 würde ich jetzt machen oder Dame C7, ich weiß es nicht. Und dann kurze Ruhade und dann gucken wir weiter. Dame A5 deckt auch die gesamte fünfte Reihe ab. Ja. Ja, das könnte wichtig sein, falls weißt du hier, dem wie Springer H5 überlegt, dann geht das gerade überhaupt nicht. Ja. Aber Schwarz denkt ewig nach, ne? Aber besser als zu schnell spielen. Da haben C7 zurück. Ja, Springer F5 wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren, auch wenn es mir in den Fingern Jungen kommt. Das Problem ist aber, jetzt gibt es kurze Ruhade nicht wegen Schlagen auf F6 und Schlagen auf H5. Das heißt, es liegt besser da mal A5. Vielleicht mal so ein, ah, ne, Schlagen auf F6 zu früh hier, würde ich sagen. Ja, ja, denke ich auch. Ich hätte gesagt, irgendwie Türme verdoppeln, Turm D3 oder sowas in der Art und dann hat man ein paar mehr. What? No way, das funktioniert nicht. Das funktioniert nett. Lukas, das ist übermotiviert, mein Lieber. Ich fände es mega cool, wenn es klappen würde, aber es klappt hinten und vorne nicht. Da haben E7, genau. Ja, wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber. Was heißt das schon? Objektivität ist hier nicht gefragt. Ja, der Stream leckt ein bisschen, ja. Ich sehe es gerade. Das kotzt mich auch an wieder, dass es mir schon wieder Upload-Probleme gibt. Vor allem der, der, ähm, die Geschwindigkeit schwankt enorm. Vielleicht nehme ich Niklas Bild gleich raus. Bitte? Nimm dein Bild raus. Oh, jetzt kann er ruhig hier. Jetzt kann er ruhig hier. Ja. Hallo, Ruchade, Läufer, B2-Schach, aus. Ja, die Dame musste zurück nach C4 oder B3 zumindest. Ja, jetzt kann er ruhig hier. Kurze Ruchade, ne? Ja, also, kurze Ruchade kann er machen. Oh, guck mal, er läuft, schlägt B2 gehört und gemacht. Was soll das denn? Ich glaube, er geht auf Dauerschach und Dame B4. Nee, Dame F6-Schach, die Damen tauschen vielleicht. Ah. Aber was soll denn diese Schach? Was soll denn das? Keine Herr. Man gibt doch keine Figur zurück, so. Ja, gut. Das war einfach ein ganzer Turm mehr. Ja, aber das wird jetzt auch nach Hause schaukeln. Oder? Noch lange nicht. Noch lange nicht. Jetzt springt er fünf. Eieieiei. Eieiei. Okay, wir haben Zeitvorteil. Ja, jetzt bitte nicht Turm E8 wegen Spiel E6. Ja, das wollten wir sehen. Ich wusste es. Ich wusste es. Mann! Und jetzt ein saftiges Bauernet-Spiel. Da freue ich mich jetzt schon. Richtig schönes Bauernet-Spiel. Komm, gönnt euch das Bauernet-Spiel. Komm, gönnt es euch. Dann los. Wir wollen es sehen. Oh, Niklas freut sich immer, wie geil. Ach, Herrl. Ich habe keine Ahnung, wie das Bauernet-Spiel zu bewerten ist. Deshalb wird es lustig. Ausgeglichen wahrscheinlich. Sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, ob er einen hier bilden kann mit F3-G4 irgendwie. Aber, boah. Oh, F5 ist schwach. F5 ist ein Fehler, ja. F4 ist ein ganz schwerer Fehler. Da rennt er ja sofort rein, der Schwarze. Eieiei. Oh Gott, oh Gott. Ja, rennt rein. Renn rein hier. Nein! Falscher Richtig. Renn doch bitte rein und hol die scheiß Bauern ab! Jetzt vielleicht mal G4 irgendwann. König C5 geht. Jetzt verliert Schwarz. Ja, jetzt kommt König. Wir sehen, wir sehen. Es ist immer noch gut. Ich meine, F5 liegt in der Luft. Er muss F5 machen. Er muss F5 machen. Er macht F5. König D4? König D4. Wahrscheinlich steht Schwarz immer noch auf Gewinn. Ja gut, also schlechter Kasten kann er auf keinen Fall. Er hat ja einfach die Mehrheit am Dachstil. B6 muss. Ja, B6 ist gut, ja, leider. Ja, mal sehen, ob er da einen Freibauern bilden kann. Aber früher oder später kommt, weiß vermutlich ein Zugzeug. C5 kann ich die lösen. Man muss ja jetzt... Ja, jetzt gewinnt Schwarz. Jetzt gewinnt Schwarz. Na? Lobt man doch nicht den Abend vor dem Tag. A6. Ja, oder A5 ist egal. Ja, A5. Er hat genügend Tag dazu geabt. Ja, aber wichtig ist eigentlich, Leute, Chad, dass man die Tempi aufbewahrt. A6 zuerst. Abwarten. Dann, jetzt muss er reinlaufen mit König. König D5. Komm. Heieiei, schade, schade. Gelegt das Ding. Komm, jetzt mit G4 macht er den Break gleich. Er macht mit G4 den Break. Er macht mit G4 den Break. Just wait for it. Just wait for it. Cusco sieht das jetzt, hat überlegt. Was kann er machen? Er hat Zeit, sehr gut. Lässt sich Zeit, alles gut. Jetzt kommt der Break. Hauptsache auf G4, der Witz ist ja mit Schach sogar. Ja, der Stream ist am laggen. Ich nehme mal Huschi jetzt mal raus, das Bild. Was? Ich bitte dich. Ja, du. Nur das Bild. Wie? Es leckt. Deswegen lasse ich nur deine Stimme erstmal drin. Ja. Bei mir leckt es halt, weil der Abblut leider zu langsam ist heute. Das nervt mich ja auch. Aber man hört dich. Du kannst reden. Du kannst ganz normal reden. Ja. Wie du aussiehst, weißt du ja eh. Das ist mir dasselbe jetzt. Wie du aussiehst, weißt du ja eh. Ich schalte dich um 10 wieder dazu. Sobald es später wird. Ich weiß nicht. Kann sein, dass wieder die Leute mehr Internet nutzen. Ich weiß nicht. Oder Vodafone hat Probleme. Telekom hat Probleme. Ich weiß es nicht. Hauptsache kein Pad jetzt hier. König ran. Komm. Wie setzt man Matt mit Dame und König? Ja, Dame. D2 ist nicht wichtig. Egal. Hat er drauf. Was macht er denn? Ja, er robbt ran. König. Er robbt ran. Er robbt. Er robbt. Ja, er robbt. Aber eigentlich war das eine gute Partie, muss ich sagen, insgesamt. Das war ganz, ganz wenig Fehler. Das war nur so zwei, drei taktische Fehler. Aber ansonsten war das insgesamt eine sehr gute Partie. Hilfe, war das schlecht? Nee, Montag war noch schlechter als Cusco. Heute war deutlich besser als Montag. Ja, 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 wieder auf einen Punkt ran. Aber drei Partien haben wir noch. Komm, komm Freunde. Wir müssen das jetzt hier wie Ziellinie holen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.